Die Behauptung, das Internet mache dumm, werden Sie von mir nicht hören, für die bin ich nicht zu haben, die greift auch viel zu kurz. Was wir erleben, und ich habe mit so einer persönlichen Erfahrung angefangen, weil ich natürlich auch sehr vernetzt bin und das auch sehr frühzeitig damit zu tun hatte, was wir erleben ist eine Revolution, die so groß ist, wie sie auch viele Eingeweihte vielleicht noch gar nicht richtig abschätzen können. Also die Vergleiche, die wir immer haben, Guttenberg, Erfindung der Druckerpresse und dergleichen, greifen wahrscheinlich zu kurz. Der Vergleich wäre richtig, wenn man sagen würde, Guttenberg hat einen Buchdruck erfunden, Bücher sozusagen publiziert.